So, weiter geht's mit Kirby. Ich hab mir mal... Ich hab mal nachgeschaut, wo ich die nächsten Segenbogen-Teile kriege. Also, speziell jetzt für Level 7 eigentlich. Aber, da Level 6 auch ein bisschen kompliziert ist, dachte ich mir... Na komm, schaust du da auch nach. Ist ja so eine Zeitverschwendung. Deswegen kann ich mich jetzt... Oh, das war nicht gut. Kann ich mich jetzt ein wenig beeilen? Aber, nieso? Was ist hier los? Hallo? Schon... Ich hab wirklich nicht lang Pause gemacht. Also, eigentlich soll ich mich davon liegen, dass ich das wieder alles vergessen mag. Aber, irgendwie... Oh. Na egal. Ja, das wusste ich halt noch hier. Genau. Sag ich jetzt einfach mal. Autsch. Wie ist das? Mir ist das sowas von egal? Vielleicht ist es mir doch nicht so egal. Komm. Was haben wir denn hier? Oh, eine Tür. Vielleicht kriegen wir da was Spannendes. Hm. Das müsste Gerücht Co sein. Wie ist das? Co? Komm. Komm, komm, komm. Hallo. Mirf deine Box auf mich. Du Zyklopen. Regenschirm. Das ist irgendwie so ein japanischer Dämon, oder? Oh, so ein Geist. Komm doch fest häufig vor. Im Spielen. Na? Oh, es ist Flick. Will ich mit Flick den Regenschirm behalten? Eine sehr gute Frage. Uuuh. Panik-Button gerade gedrückt. Falls ihr's gemerkt habt. Das war eigentlich gar nicht nötig. Uh. Uh. Vorsicht. Ja, das ist nicht schlecht. Das wird... Ja. Gut, ne? Gut gelaufen. Wisst ihr, ich will ja gar nicht... ...ein Viecher haben. Vor allem die Krick. Das ist total unnötig. In diesem Level. Weil es jetzt einfach hier nach oben geht. Und... Ja, da kriegt man ein bisschen Schaden, aber... Wenn man hier außenrum entlang geht, dann passiert eigentlich nichts. Und wir kommen einfach weiter. Und kriegen sogar noch ne... Oh, ich muss mir kurz kratzen. Eine Tomate. Eine Maxi-Tomate. War das nicht so? Gießen die so? Ich weiß nicht mehr. Und das gibt'n One-Up. Ach, schade. Egal. Egal, egal. Alles gut gemeistert. So, was haben wir denn hier? Ein kleiner Pinguin. Oh, das war... Ich hab damit gerechnet, dass die wieder dann oben entlang gehen. Aber wahrscheinlich hat's mich dann trotzdem noch getroffen. Oh. Ihr kommt jetzt schon, oder was? Das wusste ich nicht. Aber gegen Eis seid ihr sehr, sehr anfällig. Geht trotzdem weiter. Oh. Da brauchte man sogar die Eisfähigkeit. So, wir fliegen einfach mal unten entlang. Nö, gehen wir nicht rein. Wir gehen einfach gechillt weiter. Na, kommt da jemand? Du, ne? Ach, Moment. Oh. War das in diesem Level etwa? Es war tatsächlich nie in diesem Level. Ich bin ja so'n Held. Ach, ja gut. Müssen wir gleich nochmal machen. Hm. Ja, so gut hab' ich mich vorbereitet, Leute. So gut hab' ich mich vorbereitet, dass ich das direkt mal wieder vergessen hab'. Schön. Wirklich schön. Aber am besten machen wir das jetzt, weil sonst... ...vergess ich das gleich wieder. Und dann haben wir das alles umsonst gemacht. Also die Recherche. Recherche. War das hier, dass man hier so schnell so'n Viech bekommt? In Level 3? Oh, lass mich nicht lügen. Ah. Ich brauch' Kiene. Oder? Ja, ich mein' schon. Ich hab's echt wieder vergessen, ne? Das ist ja echt herrlich. Das ist auch witzig. Wenn man zu lange drückt, dann... ...führt er sich selbst ein. Ich find' das echt witzig. Das sind echt Fischstäbchen dann. ...Kiene. Der Weise. Nein. Da besteht kein Zusammenhang mit dieser Aussage. Das hab' ich jetzt einfach nur so gesagt. So. Ich bin gespannt. So, mit dem Fisch ist das natürlich jetzt hier ein bisschen gefährlich. Aber was soll's. Oh, das ist so ein Luxus hier. Hier kann man so viel Leben farmen. Ja, das läuft echt gut. So, wie war das jetzt? Hm. Ich glaub' ich muss hoch. Dann muss ich den hier einflühen, den hier einflühen. Oh, das war knapp. Und dann muss ich hier so ein... ...uh. Nicht nett. Ähm. Lasst mich jetzt kurz überlegen. Wie war das? Ich glaub' ich muss weiter nach 60. Ich glaub' die brauchen wir eh nicht mehr, die Fähigkeit. Genau. Ja, sehr gut. Nein, das war doch falsch. Ach, ich bin falsch gegangen, Leute. Das ist jetzt... ...doof. Egal. Dich brauchen wir noch gar nicht. Oh, shit. Komm, bitte geh weg. So, das war... ...ich dachte, ich wär' schon da. Ich muss wieder den Fisch holen. Na, super. Oh, das ist gut. Das ist so gut. Ich bin so gut. Äh. Wirklich, ich hab' vor paar Sekunden noch nachgeschaut, wie das geht. ...und... ...alles wieder vergessen. Ähm... Ja. Fisch brauchen wir. Aua. So, komm. Mann! Blöder Fisch, du. Nein. Kein blöder Fisch. Also, ich muss noch kurz... ...sonst wird das vielleicht zu laut. ...und... ...hier rein. Ach ja, wieder einmal. So, schaffen wir's diesmal? Ja, wir schaffen's. Krass. Und hier gibt's wieder Leben. Das ist so gut. Kine. Kine. Ja, das war meine Schuld. Egal, wir kriegen hier eh noch mal einen Pinguin. Kommst du runter? Danke. Wie lieb die sind. So, diesmal werden wir's nicht verkacken. Na, die sollen wir auch das Leben und dann lassen wir uns hier fallen. Und dann müssen wir hier die Strömung, gegen die Strömung schwimmen und gegen ihn hier gewinnen. Springst du noch mal? Ja, das war mir klar. Oh, diesmal war's aber nett, muss ich sagen. Die Fähigkeit müssen wir behalten. Ähm. Ja, ist richtig. Das macht man nur wegen der Fähigkeit. Oh, ich dachte schon. Das war so knapp. Ich weiß es nicht, ey. Komm. Oh, oh. So, das müssen wir doch... Ja, da muss ich mich fallen lassen. Okay. Kein Stress hier. Ach, ist das spannend. Das ist echt nicht so einfach. Ich glaub, das ist das schwerste Segenbogenteil überhaupt. Selbst der letzte ist nicht so einfach. Äh, so schwer. Komm. Komm, 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 komm. Sehr gut. Jetzt müssen wir den Hamster mitnehmen. Und jetzt hier weitergehen. Hier kommt ein Gegner, ich weiß. Dann machen wir den kaputt. Den kaputt, ja. Nimm Co. mit. Fliegen gegen... ...gegen den Sturm an. Ich möchte natürlich keinen Fehler machen. Deswegen... War das schon hier? Ja, anscheinend. Ähm. Die können dich auch ganz normal fertig machen eigentlich, aber... ...machen wir auch. Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So. Na, komm. So, den Abstand brauche ich. Die Distanz. Gut. Hätten wir doch das alles geschafft. Oh, der ist ja knapp. Na klar sagen, da müssen wir einfach nur noch aufpassen, dass wir nicht gegen diese Spikes fliegen. Das war spannend, oder? Das war echt spannend. Alles gut gegangen. So, dann können wir eigentlich auch hier rausgehen. Und dann kann ich mir das so einfach so einfach mal dabei verändern. Und dann kann ich mich auch hier drauf machen. Und dann kann ich mich auch hier drauf machen.